so freunde willkommen zum krieg 7 days hunting gegen seven days ascended welcome to the family war welcome seven days ascended und ja es ist es ist entschieden wir haben 21 die haben noch zwei die sind eine top 5 allianz das heißt das ist dann über unserer gehaltstufe so they are better just better mr born your little sneaky dirty one shotter i get you i will i will try to get you now okay last time it didn't work out so hopefully it will now wir haben immer noch equalizer und hab ein plan was ich machen könnte was ich gerne testen würde weil wir haben einen neuen helden im team esmer esmer ist neu so born i try my my newest team so this is an old team but esmer ist new instead of raffaele so we will see how it goes okay dude here we go auf geht's so looks like last time you know last time when i failed oh yeah okay jenic da jenic da jenic da jenic da jenic da Sieht nicht gut aus. Den Schutz brauche ich eigentlich noch nicht, oder? Weil ich würde nämlich eigentlich gerne... Wir spielen das mal so. Dann habe ich nämlich auch Kobalt an. Dann könnten wir mal gucken, wie wir ihn rauskriegen. Okay, so. What's next? Wir haben den, äh, den Buff. Wir spielen das so. Okay. Natürlich. Natürlich auf die beiden, ne? Warum auch nicht? Natürlich. Oh, Mr. Bourne. Oh, no. Gonna be close. It's gonna be close. Okay. Okay. Mr. Bourne. I think I got you. Oh. Das hätte ich beinahe nicht gesehen hier, ne? Haha. Ah. Oh, fuck you, Bord. Fuck you. Okay. Uh. Close one, Mr. Bourne. Close one. Ah. Okay. Ah, ich habe hier, ne? Hier gegen ihn habe ich gesehen. Oh, Junge, Junge, Junge. Der ballert ja ordentlich rein. Der ballert ja schon, wenn er noch fast volles Leben hat. 600 raus, ne? Das ist nicht schön. Definitiv nicht schön. Mal eben mal ganz kurz was gucken. Alles gut. Ähm. Definitiv nicht schön, ja? Sehr gefährliche Sache. Aber wir gucken mal, wenn wir uns schnappen. Eigentlich müssten wir uns hier Mr. Chavelle. Chavelle, let's go. Let's go, Doc. Let's go. Ähm. Who do you? There. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Also, Equalizer. Normal rigged. Rain. Wegen dem Equalizer ein bisschen doof, ne? Da, ähm. Nehmen wir jetzt mal Hannah mit. Ich kann mir das nicht merken. Ich kann mir das nicht merken. Ob der Attackdown durch den Equalizer weggeht oder ist er an die Minions gebunden. Ich kann mir das nicht merken. Hat man das schon tausendmal erzählt? Ich kann mir das nicht merken. Er kommt hier gar nicht rein. Ich weiß gar nicht, was er da zu suchen hat. Also, die Boards mögen mich gar nicht. ne? War so wirklich nicht. Ich weiß, Lila ist auch ein bisschen tricky gegen Xnolfo, aber no risk, no fun, ne? So, und im Endeffekt sind wir durch. So, we already lost it. I think. There's not a high chance to win. Oh no. Oh no. I'm dead. I'm dead. No chance. Das ist halt sowas, was mich unnormal abfuckt. Du hast halt keine Chance, irgendwas zu machen. Und das ist das, was ich ungemein absolut gar nicht leiden kann. Ja. Thanks for nothing, Bord. I flieh. Dann ich bin auf jeden Fall noch nicht komplett tot. Aber in der nächsten Runde bin ich tot. Oh yeah. I'm still alive. Yippie. 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 Wow. Great board. Really great board. Green mache ich jetzt nicht. Ja, weiter. Ich schnappe mir vielleicht zum Schluss. Let's go to Ritchie. Also das Board, das war gerade, das geht mir irgendwie gezielt am Arsch vorbei, wirklich, weil das konnte ich nicht gewinnen. Das war, das war unmöglich. das war wirklich unmöglich, da irgendwas zu machen. Deswegen juckt mich das ehrlich gesagt nicht so wirklich, was da jetzt gerade passiert ist. So, Chevelle, I'm sorry. I'm sorry for the board. Let's say this way. Pure sadly excuse of a board. This looks better. Hmm. Ich kann die hier zusammenspielen. Haben wir die hier. Ich kann natürlich auch die spielen, dann geht natürlich viel rein, aber ich hab mehr Ariel. Das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, jetzt hab ich nicht mehr Ariel. Aber natürlich auf den Heil. Ja, thank you very much Board. Thank you very much. Vielen Dank dafür. Es ist immer die gleiche Kacke, ne? Jedes Mal aufs Neue. Ja. Jedes Mal aufs Neue die gleiche Scheiße. Und ich habe weiterhin nichts. Ich habe weiterhin nichts. Also diese Boards, die sind aber auch echt scheiße. Alle. Alle durch die Bank bisher. So, I don't know. Descendant. Do you bot the God Bots? I don't know. It's ridiculous. Der Wien? Ja. Stop, 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 stop. Ich kann sie nicht killen, das ist das Problem. Ich kann es versuchen. Oh, ich kann sie doch killen, okay. Hakimi. okay, bitte. Und dreht, nein, warum? Warum immer dahin, wo ich es brauche? Jedes gottverdammte Mal. Jedes fucking Mal. ist so was von albern, ne? I don't need the greens. Nothing coming up. Es kommt nichts. bravo. 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 What a joke. Really, what a joke. I don't get the tiles. I don't get the tiles. can't nix machen. Ich kann nichts machen. Goddammit. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele. Es kommt halt einfach nichts. Ich kann spielen, wo ich will. Aber ich kriege nur Scheiße. Ja, die zieht sie mir ab. Ja. I could wait the whole timer. to get the damage increased hope to kill her with this. But that's an asshole move. Um. I don't know. Although, I have Paladin. Maybe rettet mir das den Arsch. Dass ich den Paladin habe. Das kann eventuell reichen. do I have I hate you, game. I hate you game. I really hate you. das ist wirklich also selbst der Sieg gegen Born war scheiße so even the win against Born was a stupid horrible board can't get shit here so Mr. Born it's no no fair battle between us can't get shit oh je je naja oh es ist halt so was ist unnötig es ist wirklich unnötig so was elf haben wir noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn ja es sind noch mehr als elf Teams ähm aber das ist das ist albern das ist wirklich albern können wir versuchen das Minion Team jetzt let's go with Mr. Pengi ich kann mir da ja noch nicht mehr irgendeinen Vorwurf machen ich glaube ich hätte das gegen Richie gewonnen wenn ich wirklich wie ein Arschlauch bis zur letzten Sekunde gewartet hätte mit dem erhöhten Schaden hätte ich jetzt was ist das denn na hätte ich das vielleicht vielleicht gewinnen können ich sag nicht dass ich es gewonnen hätte aber die Chancen wären glaube ich ganz okay gewesen aber das hätte halt äh wäre total schwachsinnig null Sinn dahinter und so sind wir ja dann auch nicht was wir so ne Scheiße machen das Board macht ja schon genug Scheiße hier mit uns wenn man mal ehrlich ist aber er löst sowieso aus kann ich auch eigentlich mal gucken ob ich ihm hier irgendwie auf den Keks gehen kann im blauen guck ich nicht nach ich will es nicht mit einem Move ich will den grünen Diamanten machen hier ein bisschen I can't get shit again würde ich auf die die es brauchen mhm aber das ist schon wieder vorbei ich krieg wirklich nur Scheiße nur Scheiße I'm done das macht keinen Spaß lass mal wirklich ach komm fuck you wie viel stehen da noch wahrscheinlich nur noch Krampus ne wenn ich Glück habe weicht er aus und lebt noch ach das ist so ein Scheiß das ist so ein Scheiß ich hab halt auch kein Damage mehr ich kann jetzt hier rum planen so I have no chance to win ja thanks thanks for nothing das ist ich weiß nicht ich weiß es nicht ich weiß nicht woran es liegt ich nehm die Farbe mit ich krieg ne andere ich nehm die Farbe mit ich krieg ne andere das kann kann es doch nicht sein oder das kann es doch nicht sein das kann das kann es nicht sein das ist nicht der Sinn dieses Spiels Dreckspiel so let's lose against the Batman come on come on board give me your loss so heroes who wants to lose against the Batman let's see if we make a zero again maybe maybe not I don't know ich brauche noch einen lila Stein mehr ich glaube die vier reichen für Xnolfatz gemein ja so Equalizer war da das ist jetzt ganz nett gewesen das ist eigentlich jetzt das perfekte Timing für Ludwig ne so eigentlich kann ich damit noch warten was traurig ist ich muss ja spielen ich hab ja wieder ich hab ja wieder nichts ne ich hab nichts zum kombinieren ich hab gar nichts deswegen muss ich halt jetzt gucken dass ich hier einigermaßen klarkomme jetzt kommt der Equalizer die beiden lösen natürlich ähm ja wir gucken mal gucken mal wo er hingeht es ist schön dass er auf die Seite gegangen ist weil die kriegt nämlich jetzt äh da müssen wir jetzt heilen das Schöne ist Kongalach hat noch Zunder gekriegt so das heißt wir machen die Mutter an wir machen Kongalach äh äh Knolfer an und haben Kongalach so jetzt haben wir aber das Problem jetzt ist sie da also wie wir es machen wir sind eigentlich jederzeit zu jeder Zeit des Matches am Arsch ja merkst du selber so wenn ich das spiele geht das hier in die ganzen das ganze Gedöns rein no chance again was soll ich tun was um alles in der Welt soll ich tun I hate this fucking game really das ist so albern what a joke what a joke really what a joke kein einziges gutes board kein einziges not even one good board what a sad excuse of a game weißt du du gibst dein fucking Geld aus und kriegst so eine Scheiße oder ich versuch's noch in freundlichen Worten auszudrücken das ist nichts das ist nichts was ich kriege nichts da kann sich keiner was drauf einbilden dass die defensive gut ist guck mal was ist das denn was ist das das ist nichts wieder nichts man sollte Spiele doch eigentlich ähm man sollte doch Spaß haben die zu spielen oder thank you very much okay alles klar Freunde vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns macht's gut congrats to the wind ascended bye 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 j i residency so c and terrible obey